Ich bin immer auf der Suche nach meiner Heimat. Ich bin manchmal Deutscher, Surer, Schachspieler, Schriftsteller. Meine Oma ist Drusin und die Drusin glauben an Wiedergeburt. Das heißt, ich war jemand anders und ich bin auch jemand anders geworden. Aber ich gehöre mir selbst nicht und alles was ich wollte, meine Spuren auf die Papiere hinterlassen. Die Klamen ist der Klamen, der Klamen ist der Klamen, der Klamen ist der Klamen. Gute, Klamen ist der Klamen.